Yo, was geht Freunde, hier wieder Mert. Und zwar spiele ich heute mal Injustice, Unjustice, Gods Among Us, keine Ahnung wie das heißt. Auf jeden Fall, das ist ein DC-Spiel mit Superman, Batman, wo man gegen andere kämpfen muss und so. Auf jeden Fall Leute, das sieht richtig, richtig geil aus. Also die Trailer und so haben mich übertrieben überzeugt, also was alles jetzt an Videomaterial ankam. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, das Spiel mal ein bisschen früher zu spielen als die anderen jetzt. Leider auf der Xbox, aber macht nichts. Ja, ich würde mal sagen, ich kämpfe mal. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt Spiele-E-Cat. Ja, ich bin auch gespannt, wie das ist. Spider-Man? Der sieht aus wie Venom, Leute, sieht der nicht aus wie Venom von Spider-Man der? Finde ich auch nicht. Flash. Oh, Flash. Ich werde glaube ich Flash nehmen, weil ich Folge Flash bin. Nein, Spaß. Gib mal Joker. Oh, Green Lantern. Oh, Joker, ey. Nein, ich nehme Flash, Digga, Monolütz. Flash oder Batman, Flash oder Batman, Flash oder Batman, Flash oder ich nehme Flash. Mach mal Flash, ich bin mal gegen Joker. Oh, Joker ist glaube ich extrem. Natürlich, Digga, mit seinen Karten da, guck mal. Ich nehm, ich kämpfe mal gegen Joker. Joker. Äh, keine Ahnung, mach mal einfach. Mittel, Mittel. Naja, heißt es, Merd, du bist ne Pussy. Ja, kennen wir alle. Oder Arkham. Was hier? Äh, wir nehmen mal hier. Ja. Gotham City. Das Spiel geht los, Leute. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich frag mich, wie das Spiel ist. Und, falls dir das Video gefällt, Leute, gebt das Video einen Daumen hoch, sodass ich sehen kann, okay, das gefällt euch und ich kann weitere Folgen machen. Und falls ihr denkt, äh, nicht so cool, dann muss ich auch wohl akzeptieren. Wow. Halt. Merda. Das ist voll geil, ey. Ich will, ich liebe ihn. Okay, also, ich muss auf jeden Fall, glaube ich, erst mal reinkommen. Schwer ist es auf jeden Fall. Oh. Breakman. Halt. Wow. Also, ich muss sagen, das Spiel ist am Anfang echt gut. Ich muss sagen, das ist ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, wie man spielt. Ich drücke einfach irgendwas, oder? Oh, mal Special Move, oder sowas. Tcheeey, wie gesagt. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen drauf hat, macht das Spiel den Blauen. Jockett. Wer ist der Typ jetzt hier? Keine Ahnung, das ist dieser Doktor, oder? Wow, was habe ich noch gemacht? Oh, ich mache mal dasselbe, ne? Oh, ich mache mal dasselbe, ne? Ah, er ist am Arsch? Ne. Ich glaube, du hast Dings hier, ne? Ich glaube, du hast Dings hier, ne? Ich glaube, wenn du das drei Blitz da voll hast, dann hast du Special Move oder so. Boah, Digga, das Spiel, ohne Witz, ne? Ich merke, brad. Auf Dauer wird das echt geil, weil die Moves sind so... ...so viel Mortal Kombat, ne? Nur, oh, was los? Drück einfach, Digga, drück was. Na, B, A. Oh, my God. Ey, ich habe gewonnen und... ...habe irgendwas regeneriert. Richtig geil, das war gerade übertrieben geil. Also, sowas macht auch schon Spaß. Also, das ist nicht dieses typische... Oh, my God. Ha, 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 ha. Oh, Headshot. Halt, Digga. Oh, okay. Yeah, Flash wins. Fight. Oh. Guck mal, sein Anzug und so, alles kaputt. Also, das macht echt extrem Spaß. Wir nehmen mal jetzt noch einen Kämpfer. Nimm mal jetzt Batman oder so. Batman... Weil da war kein Geld da. Da war kein Geld da. Ja, dann war Batman gegen... ...warte, wer ist das? Ich nehme Batman gegen... ...Cat. Catwoman, gib ihm mal Catwoman. Aber ich glaube, Catwoman ist hart, Digga. Ja. Weil die war auch immer in anderen Teilen. Ich bin flink, ich bin flink. Ich gebe dir... Sie gibt aber nur Loch. Sie gibt doch. Nehmen wir mal... Ich nehme mal Dings. Ich nehme mal hier Dings. Ding. Ding. Ich nehme mal... Jetzt mach mal keinen Aufstand. Ich nehme Aufstand, weil wir so einen riesen Aufstand machen. Ich nehme mal tief zu. Ich nehme an die ich noch mal wegge reversed wollen. Ich nehme mir schweiche 문제가 sein müssen. Ich nehme das schematic. Ich bin Papa nicht dagegen kalde ich. Dann kam ich zuですか... Er hat mich überall jetzt schweit Winston zu wollen. Er hat sich dieITA-P Hilft дела an, Pusa. Das Schweuning geht weiter. Es ist bitte ziler�overs! 待 das Schweatorium fühlt zu sein. des Pussis. Wow! Schön. Kameradenbewegern, die haben mich krass gekrallt. Ich schenke dir, sie hat mich gekrallt, ne? Katze, gekrallt. Aha. Aber sie gibt... ...muster aus Trotzlachen, weisch. Weil der war Geld, ne? Wenn ich war Geld, aber... Falls ihr wollt, kann ich das nächste Video davon so ein Tutorial machen, wie man viele... Boah. Mega. Das Spiel ist eigentlich geil, Mann. Ich kann halt so ein Tutorial machen, wo ich so einige Skins und so zeige, weil bis dahin hab ich's auch ein bisschen drauf. Also, falls ihr Bock drauf habt, weil das Spiel kommt, glaub ich, nächste Woche oder so raus, ne? Oder hab ich viel. Aber 14, glaub ich, glaub ich, ne? Ja, nicht so, warte. 14. Boah. This is it. Aber so wie's aussieht, verliere ich, Digga. Ja, ich... Boah. Oh, das sind... Oh mein Gott, guck mal jetzt. Oh mein Gott, Leute. Leute. Boah. Catwoman wins. Warum hast du verloren, Digga? Guck mal, wie scharf sie ist, Digga. Ich hab verloren, Mann. Können wir noch einen Kämpfer nehmen? Austrotz. Nimm mal Denks hier. Gott hat jeden drei Chancen, Digga. Nimm mal Superman. Superman, nimm mal Superman. Superman. Ziffman. Ziff... Super... Nein, egal. Was ist das? Black Adam. Black Adam. Das ist Black Adam. Das ist Black Adam. Digga, ich nehm einfach mal... Es gibt so wenige Charakter hier. Ich glaub, man kann viele freischalten, Mann. Weil... Ich hab in einigen Videos gesehen, das war auch schon ein bisschen mehr voll. Ja. Keine Ahnung, ich kämpfe mal einfach hier gegen... Aquaman. Ich spiele jetzt gegen... Meerjungfrau und Blaubach-Spur. Kennst du die? Trlick. Das sind doch die von Aikali, ne? Ja. Ich dachte, Dingsi, ja. Was? Was? Was ne? Wer sagtest du? Spongebob, Mann. Ich weiß ne. Ja. Farsch. 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 Uh. Ja. Gib ihm auch ein bisschen Schance. Was ist denn Superman? Das ist Superman oder Superman. Wow, wow, wow. Das ist super gut. Zack, was beckern? Das kann ich schon gestern. Schmeiß immer... Darts, Helikopter, ey. Gib ihm Grip. Getcha! Oh, come on! Bam! Oh, das war's. Ja, ja, ja. Ja, ja. Normal. Sag mal. Ach so. Ich denke, ja. Ich hab mal in einem Video gesehen, du kannst ihn aus dem Map schmeißen. Ja, ne? Ja. Ja. Das würde ich auch mal irgendwie können. Wie geht das? Das ist so heftig. Die Übertrieben. Ja. Ja, jetzt macht er dasselbe, Digga. Cheater. Spam. Spam. Ja. Ja, ja, Digga. Meliumfraumann. Ich verliere gegen Meliumfraumann. Also, auf jeden Fall, Leute. Das war gerade, ähm, Injustice, Unjustice. Keine Ahnung, wie auch immer das Spiel heißt. Gods Among Us. Ich hab gegen Meliumfraumann. Keine Ahnung, wo Blaubachschube ist verloren. Ähm, falls dir das Video gefallen hat, Leute, lass mich das wissen. Gib das Video einen Daumen hoch. Und falls nicht, dann bitte keinen Daumen runter. Hahaha. Nein, das war nicht witzig. Äh, hahaha. Das war nicht witzig, ne? Doch, Mann. Der war gut. Auf jeden Fall, Leute. Ähm, bald gibt's noch mehr Sachen. Bayer Shock Infinite ist bald am Start. Tut mir leid wegen Tom Raider. Das hat ein bisschen gedauert. Äh, aber... Ich spiele auch gleich dieses Horrorspiel, ne? Wie heißt das nochmal? Amnesia ist auch noch am Start. Das auch nicht vergessen. Und ja, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach mal auch so. Ciao, Digger. Tschüss, tschüss, Leute, ey. Bis nächstes Mal. Bis das nächste Mal. Bis das nächste Mal.